Rogen, ich bin hier. Du bist in Sicherheit. Jarek? Nein, nein, Jarek. Du musst gehen. Verschwinde. Geh. Was? Das Licht. Es war überall. Es hat mich durchdrungen. Alle sind verschwunden. Ich... Nein. Muss mich verstecken, Jarek. Muss mich verstecken. Sein Verstand ist angegriffen. Das liegt an diesem Ort. Vielleicht war er aber auch zu lange reinem Lyrium ausgesetzt. Versuch zu dir zu kommen, Rogen. Wovon sprichst du? Sie sind tot. Alle sind tot. Zerfetzt. Abgeerntet. Beendet es. Zerstört alles. Bitte findet Darian. Ich kenne Darian Olmack. Er ist ein Scholar und war der Anführer der Expedition. Hör mir zu, Brogan. Ist Darian Olmack noch am Leben? Ja. Nein. Nein, nein, nein. Ich will nicht, dass es mich holt. Es soll verschwinden. Mach den Lichtern ein Ende. Nicht berühren. Ganz ruhig, Bruder. Das hast du gut gemacht. Er weiß vielleicht mehr über diesen Ort. Wir müssen ihn finden. Ich kenne meinen Bruder. Er ist ein Überlebenskünstler. Er ist vielleicht ein wenig verwirrt, aber sein Schwertarm hat nichts von seiner Kraft eingebüßt. Lasst uns gehen. Mit Brogan. Nicht da lacht. Der falsche Weg. Weißt du, was hier vor sich geht, Bruder? Ist das hier das Reich, dass die Menschen das Nichts nennen? Nein. Nein, nicht das Nichts. Hier. Aber anders. ! Nichts! Das gibt's! Das war's für heute. 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 Ein Mann aus Orsama hat dort gemeinsam mit einem Magier aus Tevinter versucht, Karadins Forschungen wieder aufzunehmen. Amgarak wurde in Brunkas Notizen erwähnt, sie hat jedoch nie versucht, dorthin zu gelangen. Was hat sie von dort fern gehalten? Das war's für heute. Das war's für heute.